Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play bzw. zu einem neuen Gameplay Video zu dem Spiel Lotus oder zu dem Simulator Lotus. Ja, endlich habe ich mal ein bisschen Zeit zum Lotus spielen und ja, wir spielen auf ziemlich hohen Grafikeinstellungen und ja, es kann passieren, dass es hier und da mal ein bisschen ruckelt, weil Lotus noch nicht ganz so performant läuft, würde ich mal sagen. Aber ich finde, mit hoher Grafik macht es natürlich etwas mehr Spaß. Ich hoffe auch vom Ton passt es einigermaßen. Aber das werden wir dann sehen. Ja, wir fahren erstmal vor zu unserem Haltepunkt quasi. Gut und dann würde ich sagen, stellen wir auch jetzt erstmal unsere Straßenbahn so ein, wie es sich gehört und zwar fahren wir Linie 00100 und die Route 01, also vom Hakicher Markt Richtung Eberswalder Straße. Und dann haben wir das schon erledigt. Wir schalten noch unser Licht ein. Also nicht das volle Abblendlicht, sondern nur die Stufe. Anscheinend macht man das so, weil die KI-Fahrzeuge fahren auch immer mit diesem Licht rum am Tag. Und ja, KI-Verkehr haben wir auch auf alle eingestellt. Also ist es KI-mäßig richtig was los hier. Und ich würde sagen, wir schalten nochmal die Anzeige ein wegen unserem Fahrplan, damit ich da nicht so ganz aus den Fugen gerate. Wir müssen sogar schon los. Wir müssen tatsächlich schon losfahren. Ich muss gerade erstmal wieder schauen mit der Steuerung. Ja, schon lange nicht mehr ein Lotus unterwegs gewesen. Aber es macht jedes Mal Bock. Auf jeden Fall macht Lotus Bock. Ja, ich fahre übrigens wieder mit Controller bzw. mit meinem Thrustmaster Drossel oder wie sich das Ding nennt. Genaue Bezeichnung steht in der Videobeschreibung. Falls ihr Lotus noch nicht kennt. Lotus ist ein Straßenbahn, Bus, S-Bahn, die alle möglichen Zugarten, alle möglichen Busarten, Simulator. Also in diesem Simulator soll später mal alles vereint werden. Lotus ist in mehrere Modulen aufgeteilt. Zum Beispiel das Schienenmodul, was wir gerade benutzen. Oder halt es gibt auch das Busmodul extra zu kaufen und dann kann man jeweilige Fahrzeugklassen oder Fahrzeugtypen fahren. Lotus kann man auch im Multiplayer spielen. Und da ist es egal, ob ich jetzt zum Beispiel nur das Schienenmodul besitze und ein anderer Spieler das Busmodul. Das heißt, er kann dann Bus fahren, ich kann Zug fahren auf der gleichen Map. Aber sehen tut man sich trotzdem gegenseitig. Man kann halt nur das Fahrzeug von dem anderen quasi da nicht fahren. Ja. Ganz grob zusammengefasst. Und ich muss gerade erstmal wieder schauen, wie hatte ich die Tastenbelegung. Na gut. Am Controller funktioniert es nicht. Habe ich wohl doch nicht am Controller eingestellt gehabt. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Aber Tastatur rettet. Ja, typischerweise haben wir natürlich wieder Verspätung. Was anderes davon wollen wir nicht erwarten. Bahnhof, Weinmeisterstraße, Gipsstraße. Ja, ich muss die Ansagen wieder in Lotus halt manuell durchschalten und das klappt bei mir nicht immer so super, wie ihr eben schon wahrscheinlich schon gemerkt habt. Und da vorne sehen wir schon KI-Verkehr. Lotus ist übrigens auch noch ein Early Access Titel. Ist schon seit einiger Zeit im Early Access, wird auch wahrscheinlich noch einige Zeit im Early Access bleiben. Aber die Entwickler sind dran. Ich muss sagen, dass Lotus sogar eins meiner Lieblingsspiele ist. Allein weil es diese Vielfalt bietet und diesen großen Realismus. Und was natürlich ein großer Pluspunkt noch von Lotus ist, ist Workshop und der vorhandene Editor. Man kann quasi Fahrzeuge selber erstellen. Man kann, wenn man sich in Blender oder in sonstigen 3D-Modeling-Software auskennt. Und ja, zum Kartenbau ist ein Editor dabei, in dem ich auch schon ein bisschen rumgewerkelt habe. Ist auch richtig gut. Ja, wenn man fast die Haltestelle verpasst. Lotus hat halt auch so richtig, richtig viel Potenzial für die Zukunft, weil man halt wirklich mal ein Simulator hat, in dem man alle möglichen Fahrzeuge miteinander verbinden kann. Das kann dann schon eine richtige Gaudi werden im Multiplayer. Der übrigens jetzt auch schon funktioniert. Aber ich habe noch nie bei einer Multiplayer-Partie mitgemacht und wir fahren gerade auf der offiziellen Berlin-Karte, die natürlich auch noch im Early Access ist, die ständig erweitert wird in jedem Update. Aber für den Early Access sieht die Karte schon echt gut aus. Und wie ihr seht, KI-mäßig ist hier auch schon richtig was los auf den höchsten Einstellungen. Ich bin ja auch schon seit längerer Zeit jetzt bei Lotus mit dabei. Hab noch die Zeiten ohne KI erlebt. Und bei Lotus wird einem schon richtig viel Abwechslung geboten, weil durch die Community halt schon einige Karten vorhanden sind, auf denen es sich wunderbar fahren lässt. Zum Beispiel Kleinfurt. Mal mir kurz den Namen entfallen. Oder es gibt Erfurt. Darf man auch nicht vergessen zu erwähnen. Es gibt Real Life Koblenz und Stuttgart glaube ich auch noch. Und diverse andere. Aber wir schauen uns heute erstmal die Berlin-Karte an. Ist noch nicht ganz so groß. Aber wie gesagt, Early Access. Ich kann nicht mehr reden. Und wird ständig halt weiterentwickelt. Beziehungsweise weitergebaut. Ja, hier am Berg muss die Straßenbahn schon ganz schön kämpfen, um da hochzukommen. Wie gesagt, die Performance ist in Lotus noch nicht ganz so super. Aber ist trotzdem spielbar. Und man weiß ja, dass die Entwickler dran sind. Lotus soll demnächst auch auf DirectX 12 umgestellt werden, soweit ich das mitbekommen habe im Forum. Das dürfte dann auch das AMD-Problem lösen. Weil ich habe stellenweise auch das Problem bei Lotus, dass das einfach einfriert. Und es lässt sich anscheinend auf die AMD-Grafikkarte zurückführen. Weil die nicht so gut mit OpenGL klarkommen. Ich hoffe einfach mal, dass wir die Fahrt ohne Absturz durchbringen. Wenn nicht, muss ich wieder ein Startparameter eingeben bei Lotus. Damit der Fehler nicht mehr passiert. Weil da gibt es so den ein oder anderen Trick. Viele meckern ja auch immer über die Grafik in Lotus. Aber ich muss sagen, ich finde die eigentlich gar nicht schlecht. Ich finde die sogar recht realistisch. Weil in vielen Spielen ist ja die Farbe ein bisschen überdreht. Ja, die Farben leuchten, strahlen und, und, und. Und ich finde so ein Lotus ist das so ein bisschen angenehm gehalten. Ein bisschen realistischer. Ich meine, es ist ja vieles Grau und Grau in der Stadt. Und ich finde das Feeling kommt schon gut rüber. U-Bahnhof, Eberswalder Straße. Achtung! Unterbrochene Linienflur. Endhaltestelle. Übergang zum Ersatzverkehr. Bitte aussteigen. Ihr habt es gehört, wir befinden uns dann schon an der Endhaltestelle. Wie gesagt, kurze Fahrt. Aktuell noch. Und ich muss noch ein bisschen bremsen, sonst rasen wir zu dollen die Kurve rein. Ja, da oben sieht man auch schon ein Stück von der, ja wie nennt man, Brücke, Überführung. Keine Ahnung, von der S-Bahn müsste das sein. Die später dann natürlich auch befahrbar ist. Oder zumindest KI-mäßig. Ich weiß jetzt nicht genau, was alles später mal in Lotus vorhanden sein soll. Zum selber erfahren. Aber notfalls wird es bestimmt User geben, die da was Fahrbares basteln. Ich glaube U-Bahn von Berlin soll auch noch dazukommen. Aber ich will hier nichts Faltes verraten. Am besten selber mal im Lotus-Forum gucken oder auf der Lotus-Seite. Ähm, ja, da bremse ich jetzt lieber nicht mehr. So, da sind wir schon angekommen. Mit unserer ersten Tour in Lotus. Ich hoffe, euch hat die kleine Folge gefallen. Und ich würde sagen, ich nehme jetzt direkt die zweite Folge ganz heimlich auf. Und wir würden uns dann in der zweiten Folge auf der Rücktour wiedersehen. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen da. Vergesst nicht zu abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.